Moin, Miguel hier vom GroBiTV Team. Ja, ich habe eine kleine Nachtschicht für euch eingelegt, denn am 29. und 30. haben wir unseren ersten großen GroBiTV Lagerverkauf. Ja, mit vielen, vielen Produkten. Kopfhörer, Soundbars, Verstärker, Lautsprecher, Beamer, Lagerplan, Ultra-Kurzdistanz und noch vieles, vieles mehr. Achja, Kopfhörer, falls ich das noch nicht erwähnt hatte. Und im Übrigen, das hier bekommt ihr auch bei uns. Wir freuen uns auf euch. Ciao.